Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Resident Evil 7. Ja, ich hatte mich am letzten Mal mit diesen komischen Dingern hier befasst. Ich gehe mal davon aus, dass es diese antiken Münzen sind, die da reinkommen. Das wäre jetzt auch die Frage an euch. Diese Magnum, soll ich die mal holen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob da die Munition reinkommt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, nicht. Weil dann, das ist wahrscheinlich blöd, dann brauchen wir wieder extra Munition. Das würde mich mal echt interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Und... Oh, klingelt. Du hast es geschafft. Du bist der erste, der ich es so weit gesehen habe. Also was ist es, was du mir tun musst? Ist es, es wird mir helfen, mich raus zu kommen? Ja, jetzt hörte ich mich, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind contaminiert. Ich kann es nicht verlassen, wenn ich es rauskomme. Und das gleiche geht für Mia. Ist es eine Art, die es rauskomme? Wir brauchen eine Serum. Es soll sich alles was aus der Körper zu entfernen. Als ich nicht zu weit weggegangen bin. All right, so wo ist es? Wenn ich nur wo eine war, hätte ich schon lange weggegangen. Aber ich habe eine Meinung, meine Mutter hat sie hidden in der alten Haus irgendwoher. So, wenn wir das Ding haben, kann ich helfen, und wir können rauskomme hier rauskomme? All right, und so kann ich. Das alte Haus ist nahe der Wasser. Du kannst es nicht missen. All right. Ich hoffe, dass du meine Mutter anhalten kannst. Deine Mutter? Beide auf, ich werde dich suchen. Okay. Ja, also, entschuldigt. Wir müssen zum alten Haus. Ich weiß zwar nicht, wo ich landen muss. Aber, na gut. Wir schauen einfach mal, ob es hier eigentlich noch irgendwo irgendwelche Sachen zu finden gibt. Und, ja. Dafür brauchen wir ja diese Karten. Und, ja. Von einer Seite verschlossen, nach wie vor. Schitten Munition, sehr schön. Gut. Scheint nichts weiter zu sein. Da komme ich nicht weiter. Machen wir hier vorne irgendwas, was man eventuell sich hier unter dem Wohnmobil weckrallen kann. Sieht nicht danach aus. Ich gehe nochmal Richtung... dessen, ne? Also, ich habe nämlich das Gefühl, dass wir da hin müssen. Aber es wird wahrscheinlich noch zu sein. Weil, wenn ja, dann benötigen wir erstmal einen Schlüssel. Oh, nein. Wow, okay. Ja, schön. Dann... machen wir uns mal auf den Weg. Also, wir wissen schon mal, dass jetzt die Frau, also die Mutter, unser Feind ist. Ich hole mal hier. Ganz viele Insekten und Kakerlaken. Okay. Dann wagen wir uns mal hier hinein. Oh, doch. Sie sind doch ein Tier. Huh. Okay, also da müssen wir aufpassen. Besser als nichts. Yay! Gegner mit Messer. Erledigt. Naja. 8. Februar 18.2 Ich weiß nicht mehr, was wir für Insekten sind. Ähm. Wir gehen erstmal in diesen Raum hier. Alles klar. Da haben wir also ein Nest. Ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Entschuldigt. Ähm. Ich gehe mal den anderen Weg. Hier sehe ich jetzt gerade keinen. Sie ist oben. Sie ist oben. Geh nicht hoch. Wer ist nicht oben? Die Mutter oder Mia? Ah, okay. Das heißt, äh, alles klar. Ich glaube... Ich will gerade was versuchen, ne? Nee. Klappt nicht. Okay. Da hat ein bisschen Munition verschwendet, würde ich mal gleich sagen. Aber ich wollte halt wissen, wie das aussieht mit dem Viechern. weil da haben wir zum Beispiel so eine Box, die bräuchte ich. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Flammenwerfer. So, hier ist ja damals diese Frau reingegangen. Diese Mutter, als wir in dem Video Mia gespielt haben. Festbrennstoff. Ähm, lass mich mal gucken. Kann allein nicht verwendet werden. Okay, Okay, wir brauchen dafür noch irgendein... Irgendwas zum Veranbrennen. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch etwas. Das klappt wenigstens. Starke Flüssigkeit. Ah, siehst du mal. Hat er was gemacht. Ähm, genau. Was war mein hier? Festbrennstoff. Ähm, Flammengranate. Dafür bräuchte ich diese schwere. Brennstoff. Ah, ich bin mir gerade unsicher. Was nehme ich denn? Oder das andere müsste ich dann wieder wegpacken. Ich nehme mal das. Vielleicht finden wir ja einen Flammenwerfer. Und dann sehen wir ja weiter. Brauchen wir wieder einen Dietrich. Was auch so. Boah. Stopp. 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 Okay. Gehen wir mal hier weiter gucken. Schliebkulver. Ja. Da geht es weiter. Psychopin. Ein Dietrich. Ja. Hat er genommen, oder? Ja, hat er genommen. Alles klar. So. Ich bin gerade am überlegen. Ja, ich muss irgendwie wieder Sachen wegbringen. Ich habe gerade wieder total nichts im Winter. Wir müssen irgendwie die Sachen verbrennen können. Das heißt, ich muss nochmal zurück und dann hoffen, dass ich da Sachen wegpacken kann, die ich vielleicht nicht erstmal brauche. Karte des alten Hauses. Hallo? 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 Genau, dafür brauche ich dann diese Dinge. Genau, siehst du? Genau, den brauche ich. Ja, ich muss wegpacken. Flint Munition, flüssig. Ah, ich finde gerade so viel Zeugs. Kann man kein erweitertes Inventar holen? Ich bin gerade ein bisschen... Ah, wie soll ich sagen? Da haben wir nichts. Ja, Leute, ich muss mal ganz kurz zurück. Ich lege ein paar Sachen ab und dann sehen wir uns die einfach gleich wieder. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ich habe ein paar Sachen weggelegt. Einmal ein bisschen Munition und das andere Teil. Kombinieren? Nee. Untersuchen, was fehlt denn da? Brennergriff. Ich habe ja gehofft, ich kann es mit irgendwas verbinden jetzt. Scheint noch nicht so richtig. Och, Leute, bin ich so blöd. Guckt euch das an hier. Ah. 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 Das ist schön. Ich kann mehr tragen. Keine Ahnung, mir fingern echt die Worte. Epic, du bist... Naja, ich sage lieber nichts. Genau. Ich kann das mit etwas kombinieren. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwas habe. Ja, die Munition kann ich ja wieder mitnehmen. Ah, guck mal da. Und... Ja. Habe ich hier noch irgendetwas, was ich eventuell mitnehmen könnte? Scheint nicht so zu sein. Gut, speichern wir mal ganz kurz. Das heißt, ich muss noch etwas finden, womit ich was anzünden kann. Brennstoff für den Brenner. Das ist doch dieser... Na, das ist nur ein Brennergriff. Das heißt, ich muss noch etwas anderes finden. Warte mal, kann ich das auch kombinieren? Ne. Untersuchen. Und das andere ist ja Munition für... Kraftstoff für den Brenner. Ja, das heißt, ich habe ja einen Brenner. Das heißt, dafür ist er eigentlich da, ne? Jetzt können wir ja das noch mitnehmen. Und dann machen wir uns erstmal auf den Weg... ...wieder ein bisschen... ...zurück. Dünnweit. Nein, nein. Komm schon. Ja. Insekten tot. Haben wir da was auf dem Stuhl? Nein. Gut, das heißt, ich muss noch etwas finden, dass ich diesen Brenner verwenden kann. Wahrscheinlich einfacher gesagt als getan. Da hatte ich schon reingesehen gehabt. Ah, genau. Ich kann den Dripi holen. Und... Nehmen wir mit. Wir hatten noch verschlossene Dinger im Dings gehabt. Im anderen Haus. Ich bin ja gerade der Sagen... Hier, ich gehe mal da rüber. Aber ich denke mal, da werden wir auch noch hinkommen. Deswegen mache ich erstmal diese Schuppe hier auf. Das Hilfesteit. Naja, gut. Dafür hat es sich jetzt nicht gelohnt. Also gelohnt hat es sich natürlich. Und das finde ich eine Kurbel. Das heißt, ich gehe hier lang. So. Ah, da ist was. Brennerdüse. Kombinieren. Ja. Sehr schön. Ich glaube, jetzt sollte ich diese Dinger verbrennen können. Ich glaube, wir probieren den auch gleich mal hier aus. Ja. Das ist richtig. Das funktioniert. Nein, das funktioniert nicht. So. Jetzt aber. Sehr schön. Da kommt eine Kurbel rein. Das ist gut. Das gefällt mir so. Ich weiß nicht, ob das Wort was bringt, wenn ich so sprayartig da... Aber... 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 ich muss nachladen für das andere nebenbei viel munition sind es jetzt gerade nicht nur nicht gerade wirklich wir sind wir ein bisschen knapp ich werde mal wieder ein bisschen davon nehmen und keller gibt es auch noch antike münze sehr schön das heißt ich müsste jetzt achten ja 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 ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß und ich wollte immer sagen aber ich kann nur ein bisschen und das Rest ist einfach Ah, hier, das ist für Dings. Ähm... Ja, ich brauche festen Brennstoff, dann könnte ich mir wieder was herstellen. Ansonsten kann ich irgendwas hier... Psychotonikum kann ich herstellen. Wie gesagt, wirklich von Vorteil wäre natürlich, wie gesagt, Dings. Und... Und dann gucken, kann ich irgendwas weg... Ah ja, genau, die Münze, die Münze bringen wir weg, dann können wir uns die Statue holen. Wow. Na, komm schon. Das heißt, die Frau sieht so aus, oder was? Da drüben. Da drüben. Kommt ihr jetzt hierher? Nein, 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 nein. So. Kommt schon wieder hier weg. So, komm schon weg da. Oh. One of the reason we should hear from Team Team Squad name. I told you to get out. It's time. Pay attention, boy. I wanna show you something. Anders. Alter! Was ist denn das denn? Ja, das heißt, ich habe jetzt gerade keinen Flammwerfer und bin ein bisschen durch diese Dame gehandicapt. Sehe ich das richtig? Nehmen wir erstmal das. Ich werde diese direkt Statue mitnehmen. So. Jetzt ist es natürlich wieder dunkel bis zum Gehtnichtmehr und ich sehe natürlich wieder mal nichts. Noch nicht gerade das Wahre. Ganz ruhig. So. Gab es hier noch was? Ne. Ich muss einmal wieder richtig hier zur... Dings kommen. Wer weiß, wo die Alte sich auch zusammen wird. Wahrscheinlich genau da. Naja. Aber wie das dann weitergeht und wie wir uns hier zurechtfinden, das, meine Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020